Ja, hallo. Ich darf euch den Speaker vorstellen für unser nächstes Digital Breakfast am 25.06. mit dem Titel Die Königsdisziplin Global Account Management. Und da darf ich den Ralf Kommer recht herzlich begrüßen. Ralf, was hören wir von dir beim Digital Breakfast? Ja, die Königsdisziplin Global Account Management. Was ist das überhaupt? Was ist Global Account Management? Wie unterscheidet sich das von dem Account oder vielleicht auch Key Account Management? Lohnt sich das? Wie geht man das an? Und ich habe auch ganz praktische Kriterien. Sechs Kriterien anhand von diesen Kriterien kann man feststellen. Ist das was für mich? Ich zeige euch, wie man das macht. Ich gebe Praxistipps und Beispiele aus meiner Tätigkeit als Interim Manager für B2B-Sales und freue mich wahnsinnig drauf, am 25. Juni beim Digital Breakfast dabei zu sein, Thomas. Ralf, mir geht es genauso. Ich bin schon ganz gespannt, was wir von dir hören würden. Bleib bis dahin gesund und munter. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.